Die Anerkennung für die netten Worte kam sofort. Gelacht wurde viel in Innsbruck und gefreut wurde sich auch viel, denn immerhin gab es zwei Siege. Gegen Cometa Brünn siegte Mannheim mit 5 zu 4 in einem temporeichen und sehr unterhaltsamen Spiel, in dem die Neuzugänge auf sich aufmerksam machten. Jamie Saivers als Abräumer vor dem eigenen Tor und als starker Schütze von der blauen Linie, der US-Amerikaner hier mit dem Tor zum 3 zu 2. Ein anderer zeigt dem zweiten Adlerspiel in der European Trophy, warum man ihn nach Mannheim geholt hatte. Adam Mitchell glänzte mit zwei Toren und zeigte seinen Torjäger-Instinkt. Wir steigern uns von Spiel zu Spiel, das sieht man auch in jedem Training. Es wird zwar noch ein Weilchen dauern, bis wir unser bestes Eishockey zeigen können, da es doch viele Neuzugänge im Team gibt, aber alles in allem muss ich sagen, sieht das Ganze schon sehr positiv aus. Schon nach wenigen Wochen kann man das auf jeden Fall sagen.